Hammer, Schatz, der schließt nicht mehr. Ist doch super. Sind wir das Ding endlich los? Mega. Ist doch geil. Kannst du dir mal endlich was Vernünftiges kauf? Ich hab mal was vorbereitet für so eine Situation. Komm mal her. Oh, Schatz, dein Ernst, bedien dich ruhig. Ja, das Einzige, was hier drin wertvoll ist, sind die Pfandflaschen. Muss ich jetzt mein Portemonnaie nochmal aus dem Auto nehmen? Wieso das denn? Da ist doch eh nichts drin. Ich zahle auch immer. Heute ist Tag der offenen Türwand jetzt. Time to say goodbye. Tschüss, kleines Auto. Ciao.